Wir hatten eine relativ lange Diskussion, wem wir Gold, Silber, Bronze verleihen möchten. Am Ende des Tages konnten wir alle mit dem guten Gewissen Gold, Silber, Bronze vergeben und auch in dieser Reihenfolge. Und von daher steht die Theorie einstimmig hinter diesem Ergebnis, denke ich. Die letzten Tage waren nochmal richtig stressig. Sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Arbeit. Aufregung, Nervosität, man sieht, was die anderen so gemacht haben, man schätzt so ab, sind wir da besser, sind wir schlechter. Man ist die ganze Zeit, die Nacht davor ist man aufgeregt, man macht auf, man geht das alles nochmal durch, man wird es gut machen. Es ist einfach Wahnsinn, was wir während dieser Zeit gelernt haben. Musik 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 Amen. Amen. Seid mutiger, bricht die Regeln und macht das viel mehr. Euch gehört die Bühne hier, euch gehört die Zukunft, zeigt uns, was geht.